Mit zwei Worten, die Einschätzung über die Situation zu äußern und wie sehen Sie die andere Situation? Helden, sagen wir mal nicht, die sind nicht nur Soldaten, ich glaube, die sind auch Helden. Wir waren gestern im Rebuni Hospital und sowohl dort wie hier ist die Versorgung sehr, sehr gut. Ich habe mich sehr, dass die die in der Zeitung der Bezügekungen der Bezügekungen haben, dass die Bezügekungen in diesem Ort die Bezügekungen haben, dass wir sehr viel, was wir haben, dass die Bezügekungen mit zwei Leuten mehr, die die Bezügekungen haben, die die Bezügekungen in der Bezügekungen haben. Ich denke, was man hätte besser machen können bei so schweren Zügekungen? Ich denke, ich habe eine Frage, Ich bin jetzt Michael, Michael, wo du dich vorst, wo du dich vorst, wo du dich vorst. Wir sind die Kollegen. Unsere Kollegen haben uns sehr schwer verletzte Soldaten gezeigt. Meine Kollegen haben sehr viel verletzte Soldaten gezeigt. Als deutscher Unfallchirurg bin ich sehr froh, dass die Versorgung auf sehr hohem Niveau stattfindet. Aber am meisten freut mich, dass diese armen Soldaten trotz ihrer schweren Verletzung noch lächeln konnten. Ich hoffe sehr und wir würden gerne, unsere Kollegen unterstützen, um das beste Ergebnis zu erzielen. Wir wollen, dass wir uns und wir arbeiten, dass wir und unsere Kollegen und unsere Kollegen haben, dass wir uns die Arbeit machen. Wir wollen die Arbeit machen. Die Arbeit machen. Vielen Dank. Und was sagen Sie die Arbeit machen? Ich hab die Arbeit machen. Sie sind die Arbeit machen. Es sind die Arbeit machen. Die Arbeit machen. Und das haben wir in Deutschland. Was kann man jetzt momentan zeitlich betrachten, wann kann man eine Rehabilitation anfangen und wo überhaupt eine Rehabilitation sinnvoll ist in Deutschland? Zum Ersten haben wir Gelegenheit gehabt, uns ein sehr gutes Bild zu machen von allen Patienten und von allen Befunden und Diagnosen. Ich werde das auch für alle Patienten nicht mehr normal sein. Jetzt haben wir die Rehabilitationen, die Rehabilitationen und Diagnose. Ich hatte nicht mit allen Patienten, die Rehabilitationen sind die Rehabilitationen. Ich habe den Rehabilitationen nicht anders gehandelt. Ich habe das andere Rehabilitationen nicht mit allen Patienten gearbeitet. Die Rehabilitation ist natürlich individuell. Aber ich bin sehr optimistisch, dass die Rehabilitation sehr rasch erfolgt. Ich rechne damit, dass man schon in einigen Monaten deutliche Fortschritte messen kann. Wir stehen in engen Kontakt mit unseren armenischen Kollegen. Bisher besteht nicht die Notwendigkeit. Wenn die Notwendigkeit besteht, werden wir uns intensiv bemühen, damit für die Patienten keine Zeit verloren wird. Dass die Patienten nicht mehr überwunden sind. Ich habe auch noch eine Frage, dass die Begegnung der beiden Rehabilitationen, dass die Begegnung nicht in der Zeit, dass sie nicht in der Zeit, dass sie nicht in der Zeit kommen oder nicht in der Zeit kommen. Nein, das ist doch ein Problem. Das ist doch nicht die Begegnung. Die zwei Verletzten gibt es so eine Version, die können sich im Leben nie laufen, bewegen. Stimmt das? Es werden wahrscheinlich Schäden zurückbleiben. Die Schäden kann man heute noch nicht genau definieren.